10 Punkte Plan zur effizienten Ausbeutung eines Planeten mit halbintelligenten Lebensformen Das Erobern von fremden Planeten ist grundsätzlich eine einfache Sache. Man fliegt hin und frisst alle auf oder unterwirft die Bevölkerung und lässt sie für sich arbeiten. Das Unterwerfen, Versklaven der Ureinwohner durch Gewalt birgt allerdings einige Nachteile. Die meisten halbintelligenten Kreaturen sind faul und entwickeln auch unter Zwang keine rechte Arbeitsmoral. Außerdem muss man sich ständig mit lästigen Aufständen und Revolten rumplagen und sieht sich als Zielscheibe allen Hasses. Hinzu kommt, dass die meisten Lebensformen unterentwickelt sind und kaum Waren und Werte bieten, für die sich die Mühe lohnt. Gerade in der heutigen Zeit sollte man seine Ressourcen effektiver nutzen. Denk an die Zukunft, sieh einem Planeten als Wertanlage. Bringe einen Planeten zum Erblühen, indem du ein Wirtschaftssystem einführst, welches die Bewohner binnen kürzester Zeit abhängig von Geld macht. Ist dafür gesorgt, dass sie immer mehr davon brauchen, werden aus nichtsnutzigen Lebensformen arbeitswütige Kreaturen, die die Produktion und Entwicklung ins Unermessliche steigern. Sie werden so sehr auf ihren eigenen Vorteil bedacht sein, dass sie gar nicht merken, dass eigentlich alles nur zu deinem Vorteil geschieht. Hast du die Kontrolle über die Gelderschaffung und besitzt einen Großteil des Geldes, werden sie dir ihren Planeten und sich selbst ganz freiwillig zu Füßen legen. Punkt 1 Die Vorbereitung Vertrauen, erweckendes Aussehen und überzeugendes Auftreten sind das A und O. Benutze deinen Schlips Punkt 2 Das Geld Der Grundstein unseres Konzepts Eine halbwegs intelligenten Lebensformen zugehörige Wesen neigen dazu, sich ihren Voraussetzungen entsprechend zu spezialisieren, was sie dazu zwingt, Waren und Dienstleistungen untereinander zu tauschen und Handel zu treiben. Von den Problemen, die dieses System mit sich bringt, erlöst du sie mit der Einführung des Geldes. Lasse sie die Vorteile des Geldes spüren. Es ist ein universeller Wertmesser, leicht zu transportieren, haltbar und ermöglicht dadurch das Aufbewahren von Werten. Es macht von akutem Bedarf unabhängig. Es ersetzt den direkten Austausch von Waren. Das neue System vereinfacht und beschleunigt den Handel und wird sich so schnell etablieren. Punkt 3 Die Bank Das zentrale Machtinstrument Nun wird für alles Geld benötigt, was wiederum Probleme nach sich zieht. Wer viel hat, fürchtet um sein Vermögen. Wer wenig hat, will mehr. Um zu Geld zu kommen, braucht man in den meisten Fällen aber eine wichtige Grundlage. Geld. Und das kann man leihen. Das nennt man dann Kredit. Sie wissen es noch nicht, aber sie brauchen die Bank. Sie brauchen jemand, der geldsicher aufbewahrt und Geld an solche verleiht, die einen Kredit benötigen. Einfacher geht es nicht. Du musst das Geld nur weitergeben. Zins Erhöhe den Druck Der Zins ist ein einfaches System. Wer Geld verleiht, bekommt mehr wieder. Nimm einen prozentualen Anteil Verleihgebühren für deine Bemühungen. Sie werden das verstehen. Beteilige die anderen in Maßen, damit sie an ihren eigenen Vorteil glauben. Und du bekommst Geld, ohne etwas dafür zu tun, ohne etwas einzusetzen und vor allem ohne Risiko. Das Beste am Zins aber ist, dass er die faulen Kreaturen dazu bringt, mehr zu arbeiten. Denn wer Zinsen zahlen muss, braucht mehr Geld. Wer mehr Geld braucht, muss sich mehr anstrengen. Hierzu ein kleines Beispiel. Auf einem Planeten mit zehn Lebewesen wird Geld in Form von Lederstücken eingeführt. Jeder erhält zehn Stück zu einem Zinssatz von zehn Prozent. Am Ende müssen also 110 Stücke zurückgezahlt werden, obwohl es nur 100 gibt. Woher kommt der Rest? Einer muss all seine Lederstücke verlieren, damit die anderen genug haben, um die Zinsen zu zahlen. Weil niemand am Ende ohne Geld dastehen möchte, werden sich also alle bemühen, so viel wie möglich zu verdienen. Doch so sehr sich auch alle bemühen, am Ende wird irgendwo Geld fehlen. Und woher bekommt man Geld? Eben. Der Zins ist deine wichtigste Waffe. Er zwingt dazu, mehr zu produzieren, mehr zu entwickeln, lässt die anderen eigennützig im Wettbewerb gegeneinander antreten und dich als einzigen verdienen. Der Geldbedarf erhöht sich ständig und ihre Abhängigkeit von deiner Bank wird immer größer. Punkt 5 Der Zinseszins Verzinse die Zinsen Der Zins hat sie abhängig gemacht. Der Zinseszins bricht ihnen das Geleck. Warum? Der Betrag, auf den Zinsen gezahlt werden, erhöht sich mit jedem Jahr um die Höhe der Zinsen, wenn er nicht abgetragen wird. Das heißt, auch die Zinsen erhöhen sich mit jedem Jahr und jeder verzinste Betrag wird immer schneller und schneller anwachsen. Hierzu ein Beispiel. Hätte man jemandem auf der Erde vor 2000 Jahren einen einzigen Cent geliehen, den mit 5% verzinst, was ja nun wirklich ein freundliches Angebot ist, hätte der einem bei ausbleibender Rückzahlung nach 15 Jahren schon 2 Cent geschuldet. Nach 30 Jahren schon 4 Cent. Nach nur 1450 Jahren allerdings schon eine ganze Erdkugel aus purem Gold. Und heute wäre der einem 286 Milliarden Mal seinen Heimatplaneten aus purem Gold schuldig. Das einzige Problem daran ist, sie leben nicht so lange. Punkt 6 Das Papiergeld Beginne dich von realen Werten zu lösen. Für das Hinterlegen von Münzen bei der Bank werden Quittungen ausgestellt, Geldscheine, die einen Anspruch auf die Münzen repräsentieren. Da ein Stück Papier keinen Materialwert mehr hat, ist das Vertrauen darin von großer Wichtigkeit. Überzeuge sie von dem Wert des Papiers. Ab jetzt wird nur noch mit dem Anspruch auf das Gold bezahlt, welches sich in deinen Händen befindet. Punkt 7 Das Buchgeld Die Befreiung des Geldes Die finale Form des Geldes ist das Buchgeld. Wenn Geld bei der Bank eingezahlt oder ein Kredit vergeben wird, wird der entsprechende Betrag auf einem Konto gut beschrieben. Diese Gutschrift repräsentiert den Anspruch auf das Bargeld. In diesem System lassen sich Zahlungen durch Übertragung dieses Anspruchs auf ein anderes Konto erledigen, wie zum Beispiel durch eine Überweisung oder Kreditkartenzahlung. Diese Zahlungsart wird sich aufgrund der Überwindung von Zeit- und Distanzfaktoren sehr schnell durchsetzen, sodass schon bald kein reales Geld mehr dem Besitzer wechselt. Das neue Geld ist jetzt das Buchgeld. Völlig frei von Materie, nur noch eine Information. 8. Die multiple Geldschöpfung Es werde Geld Da das Buchgeld, welches ja eigentlich nur einen Anspruch auf Bargeld darstellt, so praktisch und schnell ist, wird das eigentliche Bargeld kaum noch benötigt. Wenn es jetzt sowieso nicht mehr abgeholt wird, kannst du den Anspruch darauf doch gleich mehrmals vergeben. Falls doch nochmal jemand Bargeld abheben möchte, hältst du einfach eine kleine Mindestreserve bereit, so circa 2 bis 10 Prozent sollten reichen. Daraus folgt bei 10 Prozent Mindestreserve, dass du aus jedem Geldschein, den du bekommst, 10 Mal so viel Buchgeld machen kannst. Punkt 9 Das moderne Banksystem Jemandem wird ein Geldbetrag auf seinem Konto gut geschrieben, weil er Bargeld eingezahlt hat. Dieses Bargeld wird als Grundlage genommen, um Kredite zu vergeben. Da nur eine Mindestreserve an Bargeld benötigt wird, kann der Anspruch auf dieses mehrmals vergeben werden. Durch die Vergabe der Kredite entsteht hier Geld, für das die Bank Zinsen erhält. Durch diese Zinsen entsteht der Bedarf an zusätzlichem Geld, welches wiederum durch einen Kredit entsteht, auf den wieder Zinsen gezahlt werden müssen. Das System macht sich hier selbstständig. Dein Gewinn und deine Macht steigern sich immer schneller und schneller. Du nimmst Geld, welches dir nicht gehört, erschaffst damit Geld, welches nicht existiert und kassierst für alles Zinsen. Punkt 10 Inflation und Deflation Stabile Preise Wird die Geldmenge im Verhältnis zu Waren und Dienstleistungen zu groß, verliert das Geld seinen Wert, was dazu führt, dass die Preise der Produkte steigen. Verliert das Geld zu stark an Wert, sinkt das allgemeine Vertrauen darin, wodurch es noch mehr an Wert verliert. Die Folge ist eine Flucht in die Güter. Das Geldsystem bricht zusammen. Deflation Wird die Geldmenge im Verhältnis zu Waren und Dienstleistungen zu gering, steigt der Wert des Geldes und die Preise sinken. Niemand gibt mehr Geld aus, als unbedingt nötig, da die Produkte immer billiger werden. Deswegen müssen die Preise noch mehr gesenkt werden. Die Folge ist die Flucht ins Geld, da sein Wert immer weiter steigt. Die Nachfrage nach Waren nimmt immer mehr ab und damit auch die Produktion. Die Wirtschaft bricht zusammen. Hast du die Richtlinien befolgt, solltest du jetzt dein Ziel erreicht haben. Geld regiert die Welt, du regierst das Geld. Dir gehört der ganze Planet und keiner hat's gemerkt. Der Planet hat sich entwickelt. Es gibt jetzt viele verwertbare Güter und es werden laufend weitere geschaffen. Mit jedem Tag erhöht sich der Bedarf an neuem Geld und du verdienst an jedem Cent. Die Reichen sind glücklich und die Armen zu beschäftigt, um das System zu hinterfragen. Mit jedem Tag erhöht sich der finanzielle Druck auf die Bewohner und treibt sie tiefer in die Abhängigkeit. Du regierst das Geld und Geld regiert die Welt. Du regierst das Geld und Geld regiert die Welt. Du regierst das Geld regiert die Welt. Du regierst das Geld zu verkabeline. Du regierst das Geld regiert die Welt.